Ich sag euch eins, Freunde, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber irgendwann packt euch die Wahrheit wie die Scheisserie. Na, da war der Erwin. Hallo. Früher Propaganda hieß, heißt heute Design. Denk mal drüber. Der siehst ja mit den Drohnen. Dann drücken sie nur noch auf ein Knöpfchen und dann zack, bumm, sind wir auch weg. Ja, ganz langsam, mein Freund. Wir sind nie auf der Flucht hier. Nee, 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 nee. Früher war alles anders. Nee, war alles anders. Scheiße. Ja, ja. Hab ich letztens gelesen, Werbung kommt wieder gut an. Das ist klar, das wundert mich überhaupt nicht. Dann tanzt da einer in so einem Tü-Tü rum, ja. Das ist der Wahnsinn. Na ja, ist klar, für Krebs kann das so bleiben. Ja, lass doch mal verarschen, ey. Shopping-Queen, ich könnt kratzen. Ich könnt kratzen. Da muss man doch homophob werden, ey. Oder wie das heißt, homophil oder was weiß ich. Wenn ja dauernd nur Schwule, die einem von der Schönheit erzählen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hab ja nichts gegen die Brüder, aber Mann, ey. Ja, was leg ich mir auf. Wollt ihr das totale Nex? Yo, wollen wir. I have a stream. Ja, we have a stream. In ihren Fickzellen mit Internetanschluss. Und sind am simsen und am posten und wie das alles heißt. Am heten oder was die da haben, ne. Yo. Filme, ach, das ist vergessen, ey. Vor allem die, die die Filme machen. Doof ist Schifferscheiße. Aber bilden sich, wer weiß was da. Bis zum nächsten Mal.